so hallo und herzlich willkommen zum kleinen angebungsvideo und zwar geht es heute kurz und schmerzhaft um den samstag den kommenden samstag der achte und zwar möchte ich da am live stream machen möchte ein paar cases öffnen ich habe gerade die zeit ein bisschen glück gehabt beim gambeln sage ich mal da würde ich jetzt auch mal ein bisschen daran teilhaben lassen sein werde ich weiß ich nicht vielleicht 40 50 cases öffnen ein paar mms auch noch spielen natürlich und es soll ein giveaway geben und zwar will ich dieses knife an euch vergeben quasi das ganze wird live passieren im twitch live stream quasi am samstag den achten mal gucken abends wie gesagt ein paar mms zocken ein paar cases öffnen und dann gibt es das schöne giveaway um auch einfach mal danke an euch zu sagen dass ihr mich so krass supportet und ja ich kriege immer viele daumen hoch schreibt in die kommentare und ich spiele auch oft mit ihr mit euch und es ist echt echt lustig macht spaß und dafür will ich jetzt einfach auch ein bisschen danke sagen jo ich hoffe ihr schaltet ein twitch schrägstrich hangemao lp link gibt es unten in der infobox falls ihr fragen habt schreibt es in die kommentare wenn ihr die aktion feiert gibt mir doch dem video bitte einen daumen hoch könnt natürlich auch in die kommentare schreiben ob ihr dabei seid würde mich freuen vielen dank weiterhin für den support und dann würde ich sagen bis samstag einschalten nicht vergessen ciao